Ich bin die Edeltraud, ich habe heute mit Norbert gearbeitet, ich bin selbst Hypnosetherapeutin und was mich ganz stark beeindruckt hat, ist, ich war in einer Gruppe und obwohl ich jetzt, obwohl nicht an mir gearbeitet wurde, hat sich bei mir ganz viel geändert und das finde ich unglaublich toll. Dankeschön.